so guten morgen heute ist ein ganz besonderer tag und deswegen gibt es auch mal wieder einen kleinen frühstückstisch bei mir denn heute geht es auf meine allererste wanderung auf meine allererste bergtour seit ja seit ich mich verletzt habe das ist mittlerweile über anderthalb monate her das ist das ist wahnsinn wenn man darüber nachdenkt also absolut verrückt wie schnell die zeit vergeht und das letzte mal trainieren war ich eben hier und da lag noch schnee da konnte ich nicht weiter weil schnee lag jetzt liegt überhaupt kein schnee mehr jetzt liegt ja gar nichts mehr und ja jetzt jetzt geht es auf die erste test tour und ich bin aufgeregt tatsächlich ich habe mir eine eine strecke rausgesucht die ich schon hunderte male gegangen bin um ein vergleichswert zu haben wie viel ich in den letzten fast zwei monaten jetzt verloren habe an konditionen an kraft ist eine sehr steile strecke der der innsbrucker seilbahnsteig das ist keine sonderlich schöne strecke muss ich ehrlicherweise sagen aber sie ist gut vergleichbar für mich weil die habe ich früher als trainingsstrecke für steile bergaufstücke genutzt das sind exakt 1000 höhenmeter ich bin jetzt dieses jahr bin ich diese strecke noch kein einziges mal gegangen weil damals lag eben noch schnee und das letzte mal also letztes jahr im oktober glaube ich jetzt bin ich gespannt ob ich viel länger braucht etwas länger braucht doppelt so lange braucht mal schauen wie ihr gerade sehen konntet drei stunden sind angeschrieben ich hoffe dass ich die drei stunden nicht brauchen werde also das gelände ist relativ steil 1000 höhenmeter auf nicht mal vier kilometer das ist schon ziemlich ordentlich bin jetzt sehr früh unterwegs deshalb ist es auch noch angenehm kühl obwohl es heute sehr heiß werden soll aber ich glaube das wird heute ganz cool noch geht es mir gut ich bin noch am anfang noch keine zehn höhenmeter geschafft schon völlig fertig aber mal schauen wie lange wir brauchen also was ich jetzt schon mal festgestellt habe ist dass ich viel zu schnell unterwegs bin viel zu schnell gestartet bin das wundert mich ehrlich gesagt nicht weil das war immer so mein größtes meine größte angst auch dass ich einfach so euphorisch bin dass ich dann am ende von anfang an weg vollgas gebe und ich merke es jetzt schon in meinen gesäßmuskeln durch das extreme hochsteigen dass es einfach mein körper nicht mehr gewöhnt ist aber bis jetzt geht es gut mein knie macht keine probleme auch meine moderne impfung macht eigentlich keine probleme mehr und jetzt bin ich auf moment 1090 meter und bin nicht mal ein kilometer gegangen und zwölf minuten unterwegs und bei 900 startet man glaube ich 910 ich glaube 910 startet man das ist eigentlich ganz okay aber schauen wir mal weiter also ich schluchte immer auf pause bei meiner uhr wenn ich jetzt Videoaufnahmen mag das liegt vor allen dingen daran weil es eh wurscht ist also ich vergleiche die zeit ja sowieso nicht mit meiner bestzeit insofern ist es egal und ich finde ja vor allen dingen die die reine gehzeit super interessant also wie lang brauche ich letztlich für die für die höhenmeter und für die strecke für alle leute die süchtig nach infos und datasheets sind hier eine kleine zwischenzeit 18 minuten 38 1180 höhenmeter naja gut ist anders aber es ist das allererste mal nach anderthalb monaten dass ich mich überhaupt wieder bewege insofern darf ich nicht zu viel heute von mir erwarten aber ich kenne mich leider wir sind jetzt auf ja 1530 höhenmetern das heißt 360 fehlen noch ich bin jetzt 41 minuten und 51 sekunden unterwegs wie gesagt ich mache nur pause wenn ich auch filme ich versuche ja möglichst lange durchgängig zu gehen und nicht zu viel stehen zu bleiben deshalb das habe ich mir ganz gedacht ich nehme die kamera mit ist ganz praktisch denn dann muss ich jedes mal filmen wenn ich stehen bleibe und so muss ich mir die pausen gut einzahlen weil ich habe nicht so viel zu erzählen tja naja es ist auf jeden fall super anstrengend 41 minuten ist nicht nicht so schlecht wie ich dachte ich dachte ich bin jetzt schon ungefähr bei einer stunde aber mal schauen jetzt raus wird es natürlich werde ich müde so wir stehen jetzt hier genau unter der seilbahn und da kommt sie hoch und da fährt sie auch wieder runter und es ist weder idyllisch noch schön es ist auch nicht kühl es ist brutal heiß für die uhrzeit keine bäume kein schatten die sträucher sind zu niedrig dann ist es unfassbar steil also ich kenne die strecke jetzt weiß wie steil sie ist aber einfach nur als beschreibung für euch falls ihr mal in innsbruck unterwegs seid der seilbahnsteig ist wirklich unterhaltsam wirklich lustig als sportliche witzige challenge aber es ist eigentlich ist es ganz cool es ist lustig aber als trainingsstrecke muss man schon ziemlich amastochist sein damit man den scheiß andauernd wieder macht naja weiter geht's da oben ist mein ziel schaut eigentlich gar nicht so weit weg aus aber sind noch 170 höhenmeter also so wenig ist das nicht so kann man sich täuschen aber naja so ist es halt so schlecht bin ich in der zeit gar nicht 55 minuten und 53 sekunden unterwegs eine weile werde ich schon noch brauchen aber es ist gar nicht so schlimm wie ich mir das vorgestellt habe von der zeit her und mein knie fühlt sich noch gut an runter muss ich jetzt leider doch mit der bahn fahren weil mein physiotherapeut auch gesagt hat wenn ich sehr müde bin sollte ich nicht mehr zu weit bergab gehen gerade so ganz steile sachen aufgrund eben des sehnenproblems die ich habe jetzt zumindest am anfang deshalb werde ich doch die bahn nehmen ich wollte eigentlich runter gehen aber ich möchte ja natürlich nicht die physiotherapie behindern ich möchte ja fit sein und nicht mich wegen so einer blöden trainingstour nochmal zurückwerfen in der therapie ja dann machen wir jetzt die runde mal fertig würde ich sagen ja 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 also ich weiß das muss ich jetzt für den einen oder anderen von euch ziemlich lächerlich anhören aber wenn man eineinhalb Monate lang nicht weiß ob man ob und wie man wieder fit wird ob man wieder die chance kriegt dass man wirklich vollgas geben kann dann ist es einfach ein wahnsinnserlebnis wenn man einfach merkt dass es wieder geht dass man dass man wieder kann ich hatte ein gutes gefühl bezüglich heute aufgrund der tatsache dass ich zuvor schon mal eine kleine tour gemacht habe wie ich das in dem letzten update video ja auch schon erwähnt habe aber das ist das ist auch die tatsache dass ich etwas über eine stunde gebraucht habe ich weiß gar nicht wie lange jetzt eine stunde sechs habe ich gebraucht alleine das ist ein zeichen dafür dass ich nicht am ende bin und dass ich dass ich hier noch erstens mal offensichtlich die kraft habe umzusetzen was ich will und auf der anderen seite aber auch wieder luft nach oben habe was mich anspornt wieder besser zu werden eine stunde sechs für für tausend höhenmeter und dreieinhalb kilometer strecke ist halt eine sehr sehr steile strecke ist okay ist gut und ich habe euch ja gesagt dass ich euch auch meine bestzeit sage sie liegt definitiv ein stück unter einer stunde prall nicht so mit zahlen ich finde das ich finde das auch bei anderen leuten so unsympathisch wenn sie mir erklären wie schnell sie waren oder so deswegen ist es nicht von relevanz zu sagen wie schnell ich war ich muss ich da jetzt auch keine zahlen zeigen ich finde das es ist immer so arrogant aber ihr seht halt ich habe noch ordentlich luft nach oben also einige minuten kann ich da noch aufholen und in so einem grenzwertigen also für mich sind einige minuten schon echt echt viel auf der strecke aber es ist auf jeden fall erstmal wieder schön dass ich dass ich hier oben sein kann und weiß dass ich es schaffe ohne schmerzen wo rauf zu kommen ob ich wieder runter komme das werde ich heute nicht ausprobieren das werde ich das nächste mal ausprobieren da gehe ich deutlich langsamer hier rauf heute war einfach nur mal die frage wie schnell bin ich eigentlich noch wie schnell kann ich eigentlich noch sein wenn ich will und ich war heute definitiv an den grenzen ich finde es wichtig zu wissen dass ich hier noch rauf kommen auf meine hausstrecke quasi ich glaube das ist auch wichtig dass wir uns das bewusst machen die größte lernerfahrung die ich in meiner verletzungszeit jetzt machen durfte eigentlich die tatsache wie demütig man eigentlich sein muss dass man die fähigkeit hat irgendwo aufzugehen und von oben runter zu schauen das ist sowas ganz primitives aber das ist das ist viel wert und ich glaube die leute die das verlieren leute die dauerhaft verletzt sind chronisch krank sind im rollstuhl sitzen beine amputiert bekommen ich glaube diese menschen verlieren da sehr sehr viel und ich habe großen aspekt dass diese leute das auch so aushalten in diesem sinne muss man sich mal überlegen wie arsch privilegiert wir sind dass wir hier stehen dürfen dass wir oben auf den bergen stehen dürfen und runter schauen können und die möglichkeit haben dass das alles diese ganzen eindrücke wahrzunehmen so sehr ich auch über die seilbahnen natürlich hin und wieder auch schimpfe bin ich froh dass es sie jetzt in diesem moment natürlich auch gibt ich sage ja auch nie dass es sie dass man sie abreißen sollte ich bin eben auch der meinung dass die leute die eingeschränkt sind und diese blicke nicht haben können und sie nicht selber arbeiten können weil sie eben eingeschränkt sind diese blicke auch über so seilbahnen haben sollen dürfen auch ich bin heute froh weil ich weil meine oberschenkel eindeutig zu müde sind diese steile strecke wieder bergab zu gehen und das alles sehr sehr schlecht für meine für meinen gesundheitszustand wäre das so zu probieren ich bin aber alles in allem einfach nur froh dass ich dass ich wieder da bin und dass ich jetzt auch weiß dass es losgehen kann dass ich jetzt wieder trainieren kann dass ich auch wenn ich im gang zurückschalte wahrscheinlich wieder ganz einfach auch mehr höhenmeter schaffen kann 1000 ist jetzt keine große leistung 1000 höhenmeter brauche ich für jeden berg aber ich bin mir sicher dass ich 1500 2000 2500 auch wieder auch wieder schaffen würde in diesem sinne ich habe gar nicht so viel verloren wie ich dachte und es ist eine wichtige lektion in dem sinne auch weil ich weil ich gelernt habe dass man in anderthalb monaten definitiv abbaut und viel verliert sowohl in der kraft als auch in der ausdauer aber eines ist ganz sicher ich glaube man malt sich dramatischer aus im kopf als es dann in der realität ist weil man einfach keinen vergleichswert hat und ich werde mir das sehr genau aufschreiben und ich bin froh dass ich das hier auch per uhr getrackt habe damit ich einfach weiß wenn ich anderthalb monate lang nichts mache ja dann falle ich ein ganzes stück zurück aber ich bin definitiv nicht weg die tatsache kein training zu machen tat einfach furchtbar weh ich habe es an meiner körperlichen verfassung gemerkt wie ich einfach schlaffer werde und und oder ich immer mehr esse weil ich so frustriert war und deprimiert und dieser der heutige tag sagt mir eindeutig ich bin noch nicht da wo ich hin will aber ich bin auf jeden fall schon mal wieder auf einem guten weg und ich werde es jetzt nächste woche dann mal mit mehr probieren vielleicht 1200 1300 höhenmeter vielleicht gehe ich bis ganz rauf hier aufs hafelekar vielleicht gehe ich auf die roma spitze weiter östlich im gebirge und so werde ich mich jetzt schritt für schritt rantasten bis ich dann in zwei drei wochen hoffentlich auf dem stand bin dass ich meine 2000 höhenmeter touren wieder ganz normal wie immer gehen kann und einfach wieder alle hochtouren auch als tagestouren bewältigen kann weil das war immer das was ich wollte und das will ich auch in zukunft wieder erreichen und ich weiß jetzt dass ich auf einem guten weg dorthin bin und in diesem sinne hoffe ich habe noch eine schöne woche seid fleißig in den bergen bergheil